Und ein herzliches Willkommen zurück bei Super Smash Bros. Ultimate mit meinen Abonnenten zusammen. Ich bin allerdings hier beim ersten Kampf nicht dabei. Auf jeden Fall, willkommen bei Super Smash Bros. Ultimate auf der Nintendo Switch. Dann gehen wir mal zurück ins Wall Street. Ich will dich auch fressen. Oh. Mit der neuen. Das ist heftig. Alter. Das war sch... Da freue ich mich jetzt schon auf das Video. Um diese Szene wieder zu sehen. Was? Ey, saufende Bombe. Tschüss. Komm, wir machen jetzt ein bisschen Hammer Time. Ah, das war die... Komm, der sagt schon, ja. Oh, das war schon wieder ein... Nein, hätt das getroffen? Pssst. Hahaha. Das heißt, das ist natürlich... Den, den ich getroffen habe, war eine 2. Vorher so zahlen sieben, acht, neun. Jetzt treffe ich eine 2. Hahaha. Ah, die Bäcker. Geht. Puss auf. Puss auf. Puss. 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 Ah, klar. Ja, klar. Es ist hier. Soll ich mal... Charakter wechseln, damit hier noch andere Spielkombinationen entstehen? Du hast auch schon auf zufällig, oder? Ja schon, aber so können dann natürlich nochmal andere gegeneinander spielen, weil jeder nur gegen mich ist natürlich auch irgendwo langweilig, ne? Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen, aber ich glaube für euch wird es halt langweilig. Immer nur zuzusehen. Marvin, bist du noch da, oder? Werde ich jetzt bloß drücken und da ist keiner. Keine Ahnung, ob der da ist. Dann würdest du das erfahren. Vielleicht hört er auch wieder Musik und du konzentriert, man weiß es nicht. Aber anscheinend drückt er kein OK. Ich denke mal, der ist grad weg. Dann ist wohl mein nächster Herausforderer wieder der Löwe. Nach 15 Sekunden oder so, dann müsste man eben ja die Zeit ab... Boah, Alter, bist du ein Schwach! Machst du mal bitte die Lampe an... D-d-d-d-d-d-d-d... Oh, nee! Den kann der nicht. man sieht dass du denn nicht kannst die attacken sehen alle gleich aus ich glaube ich bin nicht optimal herausforderung für seinen ersten diese negative einstellung in mich das macht mich echt traurig ich hab ja auch keinem was getan ich will doch nur dieses spiel bei mario kart kann man sich nicht verstehen ja machst du eigentlich ein stream nein gerade nicht der höher braucht teile der hat keine zeit zum stream genau telefon bei mir kniegel kein telefon mich ruft keiner ja mich ruft auch nie an ich habe nie erlebt dass mich jemand auf dem festen anrufen ja stimmt da ruft doch jeder ehemals telefon an über das handy ja du wolltest das auch das ist das das wird es das wird es als folgen in arm und beinarbeit das war man ja gut hat was er recht war schon echt Also noch mehr Handicap als das kann ich mir nicht gehen, dass ich mit Zufall spiele. Spiel doch mit Bayonetta. Nee, so ein großes Handicap möchte ich... Bayonetta ist dann doch zu heftig. Da spiele ich wie ein Dreijähriger. Na super, oder Lukas? Naja, nachher können wir eine Runde normal packen. Mein Tisch... Mein Tisch der Magie. Oder wir? Aber Lukas, das ist auch gut schocken. Hab ich gar nicht. Nö, hat der mich gerade gelaggt. Nö, hat man gerade wirklich gar nicht gehört bei mir. Und wir? Ich hab's nicht verstanden, wie gesagt. Hat, hat, hat. Gefragt nach. Wie gesagt. Zu Glück. Was ist das? das Prozent die Lassen auf dem Punkt fest eine Achtung anwesend so hat man dann auch mal ich möchte so gut wie gut ich möchte so gut wie ich habe die Rettungserteilung das ist weil da wird es immer kritisch das ist also ein Lotto-Spiel, ob ich es da nicht schaue das war doch ein Leing-Geräusch, oder? das ist ja nice das war drei Wunder hin oh ja, Löw oh ja, Löw ich finde das echt immer noch echt gemein wirklich, finde ich jetzt tschüss, wir mobben alle mobben, Kenu, alle auch Kenu aber ehrlich, nur möchte ich das Spiel spielen können wir noch mal alle gegen Kenu noch mal machen? oder alle gegen Löwer, die mich mal Löwer gefragt habt? alle gegen alle weil gegen 1 macht halt immer keinen Sinn weil es halt super stupid ist oder Leute, ich muss mich fragen ob wir 3-Geräuschen und 4-Geräuschen hört mir mal zu boah, das war gottlike Rettung Moss said unsere ganze Aufmerksamkeit liegt auf dir der, ähm wir machen alle zusammen einen vierkampf alle gegen alle ist doch besser ja da müssen wir weniger minek äbé das klappt also man-wie-nd- ma-ks-ma-ks-maß-mach-kens-maß-maß-maß mal- können wir gerne machen ja dass wir dann vier leute auf einer map sind ja aber halt nicht dass wir auf einen gehen das war ich ähm Keno-Löhr ähm hä? hä? diga dich versteht du bist ein mensch ich kann dich verstehen mann du mal mit deinem Löhr ist die ganze Zeit so konzentriert man redet da auch mal was ich kann auch nebenbei reden und gewinnen ich bin kein großer Redner Herr Löhr ist ein Bauchweg ich darf aber trennen wir alle schmackhaft wenn wir alle gegen alle machen dann macht es mehr Spaß da können wir machen da müssen wir schon Männer nicht warten dass wir fertig sind da weil Löhr aber sich so reinhängen das muss man so reinsteigern dann fühlst du ja persönlich herausgefordert ist ja auch ne herausforderung oder? ja natürlich lässt euch die Arena angeschneiden ja gut Lukas ist wirklich ich erstell die gleich schon Tyler ich erstell die gleich ok mann also 13% hat es bisher geschafft das heißt PK das heißt PK PK irgendwas ja PK hey falls hängt meine Schule an meine Leute schon seit einer Woche ist so traurig es geht wieder mehr Zeit zu bezogen ja so oder schon wieder hoch du hättest auch gerne mehr Zeit wir haben keine Schule mehr oder mehr Zeit mehr Zeit mit mir drücken das ist nicht eine Cousine ist das wäre das nicht irgendwo illegal mit was? es ist nicht gerade gesagt mehr Zeit mit mir rum zu knutschen nicht mit mir mit jemand anderem so aber sonst wäre es glaube ich im Blick auch gar nicht krön jetzt Snipe schuss schau doch der war aber schon knapp jetzt Snipe schuss mein Blitz hat dich einfach abgelenkt du warst einfach komplett woanders du musstest diesen Blitz einfach dieser leuchtenden Kugel einfach folgen ich glaube wir spielen auch mal alle Pokémon Tekken zusammen ey was? ich was? ich wurde gerade gerufen ich muss los ey ich muss gerade ganz spontan los ich habe gerade gar keine Zeit mehr tut mir leid ey Pokémon Tekken können wir gerne das nächste Mal spielen gar kein Problem aber jetzt gerade gar keine Zeit ich ich habe auch die Städte ich erstelle dann in der 4a das ist 1 Team Smash 4 Spieler ist erstellt oder die Kratz-Mesh-Kraße und da kommen Dr. Eggman aber es ist jetzt wenn das Spiel jetzt auch Charakter die nicht mehr aus so alle sind schon drinnen ich weiß wer die Spiele Lörs Lieblingscharakter ach komm ich bin mit ihm und mit dem hab ich ne gute Chance auch den Teams Smash das für alle gegen alle 4 das Spiel Ultimate Turnier Smash Event zu gewinnen der Held der Held der Held das wird ein spannender Kampf das wird ein spannender Kampf ich bin der einzige ohne richtigen Namen ich habe keine ich wurde auf der Straße ausgesetzt ich bin der Held ich habe gedacht ich bin ich dachte du machst Team komm nein wir haben doch alle gegen alle haben wir gesagt machen ach so wir wollen wir haben doch nach alle gegen alle ich hatte ich hätte es gibt die haben alle nach alle gegen alle die haben alle nach alle gegen alle geflogen ich habe alle gegen alle oder schon mal einer anboden aber das sind aber die geilsten Videos die kannst du dir 50 mal angucken du findest immer wieder so kleine neue Themen weil du den immer du verfolgst immer jemand anderen also ich bitte ja kannst du jetzt noch das Fützverhandlung das ist aber wieder neu das ist aber wieder hochkommen was hab ich denn so peng oh Gott Anyways ... b oh ... ... ... ... ... ... ... ... Oh Oh Ah 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 Und ich bin raus Tio Scheiß Ich hab nicht aufgeschlagen Es hat sich abgelenkt, optimal, es hat trotzdem funktioniert nach der runde spiel ich mit youtube wo ähm pokémon zeigten blöder spielten satzbau war jetzt irgendwie grammatikalisch so unverständlich dass ich nicht verstanden ja verrückter sagen wie immer das freut mich für ihn dass er so oft gewinnt und was ist aus bett gekackt diesmal mit hose nein nicht ich da gerade krass schule und das ist eine neue frage alle 3 0 gewonnen ich bin ja der absolute kampferschein das mal auf okay du gehen bis dahin leben ok alle gegen kino hallo das ist unfair ja ich hoffe du machst jetzt bei diesem komplott nicht mit noch durch kämpfe gehen danke oder einfach nur nach vorn vorteiler gewinnt weißt du was gegen euch beiden komme ich auf jeden fall an aber ich bin mal ich nackig der deutsche koordination wie fisch hat er mein breit fest guckt guckt einfach mal man sieht euren körper und mein körper sieht immer gut man sieht ja du bist halt ne fette fettsau mann alter passt halt nicht viel rein von dem bildschirm das ist löweil teil aber okay das ist das wenig ich sehe es einmal ba ba mal alter und jetzt zack feuerball alter spritz spratz da das war's gut hau 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 ich habe fünf stecker bei der held kommt aus der hier den stadt spieler aber ja der hält das ist genau und tschüss ja sie ja ne ah das halb ich nicht mehr so abhärtung oh ich freue mich schon mal die buchten schluss schluss wir waren alleine und tschüss Das war mal wieder aus dem Ofen... Au! Dieses Mal kein 3-0, aber ein 2-0, es geht auch... Ja, warum ist das so schweigsam? Was soll ich dazu sagen? Ist ein Tor-Spiel, oder? Lass mich mal putzen! Cool, viel Spaß! Ja, kannst du machen! Wartet mal, stimmt mal, dann! Jetzt wächst alle immer durch, das kann nicht sein, dass er jetzt die 2-0 gewinnt, also da haben wir es jetzt mal kurz zu wählen... Hey! Nein, Marvin! Nein! Aus! Wechsel sprich mal alle durch! Bleib mal auf meinem Helm! Ich finde den sehr ausbalanciert! Neuer Main incoming, Allah? Man weiß es nicht! Ja, mach du! Lass den Mann doch mal seinen Charakter aussuchen! Ah! Da denkt der Löhr jetzt, wo springen Down-B? Die Strategie! Ach, Quatsch! Ach, Quatsch! Die Strategie habe ich direkt gelesen! Man weiß was, ich habe 8 Augen, Alter! Ich kann jede Situation mit 2 Augen verfolgen! 5! 9! Los! Ich merke schon direkt hier eine leichte Fokussierung auf dem Weg! Ne, Lu, hat das le... nein! Nein! Ich sehe nur! Und das... Leeeeeek! Und das kraft ab, ne? Also entweder es läuft jetzt durch, jetzt ab in ein paar Sekunden, oder... Ja, 4 Leute halt, ne? Das passiert dann halt manchmal! Da kann man nix machen! Aber der eine Kaffee ist ja flüssig gelaufen! Könntest du gerne nochmal probieren! Probieren wir es doch! Ja, meine Arena ist wieder... Meine Arena ist noch offen! Mal wieder! Ihr 3 sind alle am Anfang wieder... Ich verstehe nicht, warum dies immer passiert! Wir können natürlich auch gerne Teams... Ich kann auch gerne nochmal eine Arena aufmachen mit Team Smash, falls ihr wollt! Wenn ihr mal 2 gegen 2, können wir auch machen! Ja, danach! Bitte! Okay! Dann haben wir wenigstens mal 2 Gewinner! Und nicht nur 1! Auch wenn man dieser mysteriöse Keno ist! Keno? Kenn ich nicht! Er kam, sah und siegte! Hat man sich erzählt! Du musst auch A drücken! Das ist die Taste... Ne, ich mein... Warum er jetzt dieselbe Farbe hat wie ich? Dann pickt man wieder nicht durch! Versteht man wieder nicht! Scheiß Copy & Paste, Alter! Aber jetzt wird... Drei Leute... Aber jetzt wird einer dunkel von euch hinterlegt, meine ich! Total dunkel! Ja, normalerweise in einem 1G... Also normalerweise, wenn du... Einfach so online oder so... Zufälligerweise dieselbe Farbe hast und so... Dann wird einer dunkel hinterlegt! Das war wohl nix! Nicht funktioniert in dem Modus! Blitz! Schlitz! Aua! Boah, 13 MP! Bruder! Da muss man ganz dicht lösen! Darauf... Darauf... Hast du doch ehrlich gewartet, oder? Du hast doch jetzt ganz genau nur auf mich geguckt! Gibst du! Natürlich! Hast du jetzt extra geguckt, dass ich da drauf... Dass ich da hinspringe und mich direkt gefühlt habe? Na! Und das ist die Rache dafür! Nein! Ich drück Schild... Und schon wieder! Das wird nicht funktionieren jetzt mehr! Wir hätten jetzt einmal Glück, aber anscheinend... Irgendwer... Hat anscheinend Internet... Ne, das Spiel will einfach... Das Spiel will einfach nicht, dass ich gewinne! Das ist... Ja! In deinen Träumen vielleicht! In deinen Träumen! Komisch, vorhin nicht so sicher! So, dann jetzt mach Team-Spiel! Ja, ich versuch's jetzt einmal nochmal Team-Swash... Aber das wird auch wieder vier Spieler sein! Ich weiß nicht, ob das... Äh... Drei Spieler, eins... Ich konnte keine Arena finden! Ja, einen Moment! Ich muss ja auch mal ein paar Tasten drücken! Boah, ey! Musst du das, oder? Ja, muss ich! Jetzt ist offen! Jetzt könnt ihr gerne beitreten! Es ist alles entspannt offen! Müsst euch nicht abhetzen! Alles ganz entspannt! Die Team-Swash! Na gut! Das ist jetzt Team-Swash, Alter! Jetzt geht's richtig ab! Und wer auch immer mit mir spielt! Niemand klaut mir meine Scheiß-Leben, Alter! Das ist meine! Ich hasse das auch! Kann man das nicht ausschalten? Das kann man nicht ausstellen! Das ist automatisch... Das ist halt das System hinter Team-Swash! Das ist halt Kacke! Oh, ist die Tasten! Tyler, wir sind in einem Team! Du klaust mir nicht meine Lehm! Ja, wenn du tot bist, bist du tot! Bekommst du nicht wieder mit einem von meinen Lehm, Alter! Ich verschenke die nicht! Die zwei Bowser's kommen an! Da Grin, du nimmst mir auch kein Leben weg! Ja, du mir auch nicht! Ja, ich mach sowas sowieso nie! Bin ich denn? Double! Und schließen! Nö, ich brauch... Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe! Und tschüss! Oh, wie ich mir mal beide treffe! Wunderschön! Einfach das Linkeres! Hahaha! Accelerator! Nein! Das war stupid! Aber war's wert! Ey, wenn ich mich selber klaust, Das ist mir auch nicht meine Punkte! Das ist meine... Ja, Alter! Ich glaube, das würde nicht passen! Ach, ich bin runtergefallen! Warte! Ich... 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 Nein, Löhr! Da werde ich nicht hinfallen! Ich... Wollte auch nochmal den Brunen sehen, so! Von nah! Aua! Wieso bist du nicht mit mir geredet? Ich bin nur Wusch, ja! Ich hoffe, ich hätte... Nee, wir stehen einfach nur in der Mitte und spammt auch! Der... Die Pläse der Nein, Löhr! Wie funktioniert die Welt nicht? Aahh! Komm, wir gehen weiter. Ich will jetzt auch, wir gehen beide zusammen! Rote, Romy und Gunnar! Ah ja, hat Löhr gerade geweiht und was warst du gewollt! Hm hm hm! Das war mein Herz, das ist geblutet. Oh, die ist der zweite Bowser aus. Na, viel Spaß, ja. Danke. Du bist jetzt alone in the dark. Wer Lur dich schafft zu gewinnen, hat da kein Problem mehr. Oh, mit ich immer das Problem, verstehe ich das nicht. Ich muss das bisschen aus und zu hören. Lur hatte noch zwei Wäden, wenn er jetzt klaut hat. Voll gegrappt und der andere smasht mir richtig ins Gesicht. So, dann eine Leben, dann wird auch noch flott. Aber du hast auch nur noch, wenn du nur eine rauskriegst, das ist auch nur noch. Ein faires 1 gegen 1. Ich bin low. Das ist kritisch. Nein! Oder du siehst halt einfach direkt deine Niederleire ein und kapitulierst. Wann, das war nicht absichtlich. Ja. Ja, ja, ja. Bin jetzt auch... Den füllen wir... Gibst du mir einfach... Wird der Arzt gerade... Was ist gewonnen? Das hätt ich gewonnen. Das hättest du nicht in deinen Träumen. Hätt ich. Hätt ich mich nicht selbst kaputt gemacht. Ja, ja. Aber komm mal, jetzt sind wir in einem Team, jetzt machen wir die nackig. Oh, Tyler, wir sind in einem Team. Mhm. Voll negativ, ey. Ich ruhm mich in der Ecke aus. Alle Böden, Tyler. Nee, 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 Löhr, so funktioniert das Spiel nicht. Du musst das so sehen, wenn ich gewinne, gewinnst du. Du bist da. Wir haben auch hier... Ich hab' Stattattacke gemacht, Alter. Entschuldigung, haha. Was... Echt ne antisoziale Stimmung ist für dich echt nicht nett. Aber gerade Tschirchen habe ich noch ne Edge. Das hab' ich noch so. Wie sie ihn gut. Ich bin auch nicht dabei. Bin ich hier? Bin ich da? Da bin ich da? Da dreh mich weg. Da bin ich nicht dabei. Ich bin sicher. Da bin ich sicher unterlauer. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch hin. damit hier zack zack und dann packen und dann zack und dann mit hier und dann weg und dann BAM und dann gibt's auch... ahhh... Geht das Lash? Blitz! Ohhhh, das ist halt fast gegeschaut Ui, jo, Alter, wie? Schlitz! Ohhhh... 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 Da kommen vorhin die Supermarkt-Ordnisse... Von Pauline... Nö, 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 nö... Nö, 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 nö... Ja, nö, 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 nö... Ja, die sind so, nö, 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 nö... Ich kann nicht aus dem Zooner... Tschüss! Die Bowser gegen Bowser, Held gegen Pit... Das ist geil, da kann... Ah! Freeze! Don't move! Ah... Danke, Tyler. Ich helfe die Löhr. Ich schließe. Und tschüss. Sorry, Tyler. Spieler 2 besiegt. Ey, brauch den nicht. Der gehört zu mir. Ah. Kein Problem, hab alles in der Kontrolle stellen. Oh. Form Emotis zu machen. Kämpfer mich. 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 Oh. Ja, gut. Ich hab heute auch grad grab'n. Warte, jetzt spring ich hinterher und dann... Ah, schau doch. Oh. Oh. Löhr, das hätt jetzt aber nicht sein müssen, ne Löhr? Ja, das ist so gut. Okay, grab'n und ich schmeiß' den Feuerball, das er planen wir. Solange die Kombo spielen wir jetzt. Komm' jetzt runter und dann grab'n und dann grab'n und dann... Schwimm' wie du eis vorred'n. Oder ich grab'n und dann... Ja, ja, smash'n, smash'n. Smash'n. Jawoll. Das ist er der Plan. Richtig die Team-Kombo. Ach, Löhr, wir sind ja wieder im Team. Das sind wir bestimmt wieder im Team, ja. Oder ich bin mit Babel in deinem Team und Löhr ist mit Tyler in deinem Team. Danke fürs Zuschauen. Das war sowas manchmal das Ultimate auf Nintendo Switch. Mit den vier hier. Mit uns vier. Können einen Daumen hoch geben und ein Abo und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Hier beim nächsten Mal direkt hier. Tschüss. Tschüss. Tschüss.